Junge Leute, was geht ab? Mokai wieder am Schatten. Ihr seht ein königliches Kostüm, welches ich hier anhabe, denn wir haben Karneval, Leute. Hier wird gefeiert ohne Ende und für die, die es mitbekommen haben, die den Stream gucken, die Facebook lesen, ich bin mit den Prüfungen durch. Das heißt, ich habe wieder mehr Zeit und das wird gleich gefeiert. Wir nehmen auch dieses Karneval mit und danach gibt es wieder Videos, Leute. Das bedeutet, heute Abend ab 18 Uhr gibt es ein Diablo 3 Stream, Reap of the Souls, und zwar auf twitch.tv.mokai. Denn die Ladder wird neu resetet, was heißt resetet? Eine neue Ladder startet, das heißt, alle, die mitmachen, sind auf Level 1 in der neuen Ladder. Da werden wir auf jeden Fall leveln. Und morgen sind wir feiern natürlich. Karneval muss man auch feiern, da muss getrunken werden. Genauso wie Sonntag, da werden wir nicht feiern, da werden wir mit dem Stream wieder zusammen feiern, denn da ist seit langem mal wieder ein DayZ-Stream. Da werden wir mal gucken, wann. Ab 18 Uhr, schätze ich mal, vielleicht früher, vielleicht später. Wir werden auf jeden Fall Sonntag definitiv DayZ-Mod spielen, Leute. Spielt mit uns, seid dabei, wahrscheinlich auf dem Origins-Server. Deswegen, wer DayZ-Mod vermisst hat, kommt vorbei Sonntag, sonst heute Abend ab 18 Uhr Diablo 3. Natürlich Sonntag und heute wird gesoffen, Leute. Glück, glück, glück. Nein, es wird auf jeden Fall gesoffen und ja, ab nächste Woche dann hoffentlich wieder mehr Videos, denn ich hab wieder Zeit, Leute. Haut rein. Schönes Karneval. Hello, I love.